Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Let's Play American Truck Simulator mit mir mit Zitri Gelsius wir fahren weiter fahre wieder drauf Seidenpfosten ja ausgewischen kann der Blinker jetzt auch wieder schließen ganz kurz was schauen lasst mich mal ganz kurz wollen so heute ist der 18. passt der 18. Folge 18. August ist noch super ich wünsche euch ein herzliches Willkommen jetzt können wir mal ein bisschen Gummi her es ist 437 es müsste jeden Moment hell werden das ist ich wünsche euch mal ein bisschen das ist die Sitzung und bringe so ein, wie nennt sich das, Planiierraupe, das kann man schon ein bisschen erkennen, weil es schon etwas heller wird. Es ist eine Planiierraupe, oder, ein bisschen eine Art Bacca, könnte auch eine Art Bacca sein, ne? Aber es hat keine Schaufel dran, deswegen ist so eine Planiierraupe. Ui, 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 ich muss rein, das ist mit so ungeheuer bei hohen Geschwindigkeiten, hier. Wir sind auf dem Highway, also muss man eh unterbremsen, aber, wir besteuern den ehemalig gerade sagen, weil es bergab geht. So. Guck mal, dass nix, hoffen wir mal, dass nix von hinten kommt. Wieso hoffen? Hinter uns ist gerade der Sonneaufgang. Das sehen wir dann auch später noch ein bisschen was. Die Lichttube, die war hier für alle, die in den Stream geschaltet haben, auf J. Flashlight. Auf K ist nämlich der Dauer Center, und die Lichttube war hier. Das hab ich aber leider nicht gesehen, was heißt nicht gesehen, nicht mitbekommen. Ich hab gedacht, auf K ist die Lichttube. Aber, das war nicht, das war der Fernscheinwerfer. Und er hat aber trotzdem nicht funktioniert. Ein niedriger Tankfeldstand. Wir sind doch schon in Carson City. Alles gut. Geben wir das ab. Gucken wir mal hier, wo ne Tankstelle ist. Hm. Wo ist ne Tankstelle? Ich hab noch ein paar Meilen vor mir. Ah, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ich bin grad gut drauf. Und gut unterwegs sehe ich auch gerade. Ich möchte ich jetzt nicht so einfach wieder bremsen. Wirklich schön. Aber sie sind im Multiplayer da kann ich einfach ins Hauptmenü gehen, ja. Bis man erst anhalten dafür. leider ist es so habe ich vergessen meine tür zu schließen das ist jetzt schlecht habe ich wieder so viel schneid arbeit so was könnte ich mich so aufregen so wir machen kurzer cut meine liebe freunde wir sind jetzt ja gerade eingefahren wir werden sind noch abstellen mann 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 ich könnte auch noch sowas von frikt spielen bei sowas wo ist das noch mal eine herrenrunde fahren gibt es denn das ich hasse einfach diese steinbrücke ich hasse sie einfach auch ausgestattet haben wenn ich die Krabbelkorn wieder die da ist es das ist nicht umlenken morgen und noch mehr und wir haben bald kein sprit mehr hätte ich fast wieder her wir wollen das jetzt hier müssen wir jetzt rückwärts hoch fahren oder? ne da müssen wir rückwärts hoch fahren ok wir müssen überhaupt nicht wir müssen hier überhaupt rückwärts rückwärts fahren wir müssen einfach hier nur gescheit umlenken das wird hoch fahren das wird hoch fahren das wird hoch fahren jetzt wird rückwärts fahren jetzt wird rückwärts fahren fern 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020